Karl Spitzweg, der arme Poet Spitzweg war wohl etwas, was wir heute einen Workaholic nennen würden. Sein umfangreiches Oeuvre umfasst mehr als 1500 Gemälde und Zeichnungen. Von diesen hat es ein ganz besonderes in das Bewusstsein der Öffentlichkeit geschafft. Der arme Poet. Das Gemälde stützt sich auf das Klischee des Dichters, den materielle Äußerlichkeiten nicht interessieren, der er sich ganz den geistigen Freuden zugewandt hat. Es ist ein Bild, welches uns sofort zum Schmunzeln bringt. Ein Mann liegt im rechten Bildteil auf einer alten Matratze. Er scheint keine Motivation zu finden, aufzustehen und in den Tag zu starten. Die Sonne scheint bereits kräftig durch das Fenster und verrät uns, dass es hellig der Tag ist. Auch das leckende Dach stört den Schriftsteller nicht weiter. Er hat kurzerhand einen Regenschirm aufgespannt, der die herabfallenden Tropfen von ihm ableitet. Vor der Matratze liegen zahlreiche Bücher und auf dem Schoß des Mannes befinden sich einige Manuskriptseiten. Die Brille ist ihm nach unten auf die Nasenspitze gerutscht. Womöglich zerdrückt der Mann gerade einen Floh zwischen seinen Fingern. Links befindet sich ein grüner, unbeheizter Kachelofen. Daneben steht eine Waschschüssel und an einer darüber befindlichen Wäscheleine hängt ein ausgeleiertes Handtuch. Zylinder und Mantel hängen ebenfalls im Bild. Der Poet hat einige Papierblätter ins Ofenloch gesteckt, die uns in lateinischer Schrift verraten, dass hier des Poeten dritte Bündel seiner Werke liegen, die offenbar nicht zu gebrauchen sind. Heute wird davon ausgegangen, dass Spitzweg auf den zeitgenössischen Dichter Matthias Etenhüber anspielte. Dieser lebte ebenfalls in München und hatte, obwohl durchaus begabt, mit verblassendem Ruhm und den damit einhergehenden finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017